Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Auf jeden Fall ist Sonic Gaming und heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, einen PC-Tycoon, so heißt das glaube ich. Also wir kaufen, nein wir kaufen, wir machen uns sehr viele Computer. So, wir können hier auch Klick für Geld irgendwie, da kriegen wir hier pro Klick irgendwie Geld. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man auch hier, schließe dich der Gruppe an, dann sammeln ab und Fehler zum Sammeln. Was ist derzeit der reichste Spieler mit, okay, das interessiert mich eher weniger. So, wir kaufen uns hier erstmal die ganzen Pop-Up, beziehungsweise PC ist. So, gibt es hier Upgrade kaufen für 300, ja. So, kann man doch machen hier. So, der Teppich kostet 1000, äh 2000. Das hier. Achso, das ist ein Goldner. Irgendwas, Junge! Was ist das denn hier für ein Geräusch immer hier, du Grundszeit, hä? Mal hören mal, das geht so nett. So, dann haben wir hier einen Teppich für, keine Ahnung, für Geld gekauft. So, kaufen wir uns mal die Wände. Oh, reicht ja gerade für zwei. So, dann einmal Gläser, zack. Dann können wir uns hier, glaube ich, wieder einen Tisch kaufen, okay. Auch noch mal einen Tisch und auch noch einen Tisch. Und sogar noch einen Tisch, weil man braucht immer drei Tische. So, das hier ist Premium, so, dann kaufen wir uns hier einen Boden, sobald wir die 10.000 haben. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Lieber kaufen, okay. Ich würde sagen, wir kaufen uns das da, so. Dann können wir das. Ah, dann können wir hier so springen. Ah, nice. Leute, ich kenne das von den früheren Tycoons, die ich sehr, sehr früher gespielt habe. Weil es gibt mir so viele Flashbacks. Immer so hier mit diesen Dingern so gesprungen. Oh, das war schon nice. Sehr, sehr nice. So, also das ist eins und jetzt müsste es, warte, hier guck mal, eins. Das. Fünf. Okay, es wird dann zu fünf. So. Ja, also wir brauchen 10.000. Warte, ich würde mal sagen, wir sparen mal kurz auf 10.000 Ditcher. Ja, Leute, ich habe es mir tatsächlich anders überlegt. Wir gucken hier mal so bei den anderen Leuten so ein bisschen. Komm mal, hier draußen, damit es gelten wird. Feuer, Kraft, Weiskraft. Wer ist das? Was sind 80? Wow, Bugs. Die will ich nicht dafür ausgeben. Hey. 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 Ich muss irgendwo drauf kommen. So. Komm, komm, komm. Bleib hier. Ja. Nein, ich bin zweimal gesprungen. Aber wir schaffen das. Bin doch der Ausbruch-Experte. Ja. Danke. Können wir hier mal glotzen, was der hier so hat. Jo, eine Million. Mhm. Klauen uns hier einfach mal diese Sachen. Klauen ist immer gut. Ein neuer Klott bitte nicht. Nur ich darf das. Klauen ist alles klar. Okay, der ist hier sogar drin. Rückzuuuug. Taktischen Rückzug machen wir da. Taktischen Rückzug. Der Ich würde sagen, wir holen uns hier erstmal dieses ganze Money-Oper. Ne, ich wollte nicht reden. So. Und wir gehen hier und kaufen uns die Klappe. So, dann können wir nämlich jetzt hier hochgehen. So. Und dann können wir uns wieder einen Teppich kaufen für eine Million Euro. Daher sind die wieder die Kack-Tische. Weil wir kaufen uns hier ein Fließband. Dann können wir hier die Tische kurz kaufen. Dann haben wir nämlich das auch fertig. So. sagt auch für die tausend befunden und es gab einmal was testen ich will kein vip Baden? Okay, Leute, wir gehen hier erstmal rein und bauen erstmal weiter. So, so, Wind Walker, wow, der will mich echt treffen, ja. Ja, getroffen, Bart. Da habe ich ihn rasiert. So, die machen hier alle Stress, ne, die wollen hier alle ein bisschen Stress haben. Können sie gerne mit mir hoppen, ich bin der beste PvP-Spieler hier. Wow. Wie kann man denn 5 Millionen hier haben? Und warum ist das hier überhaupt in diesem Kacks-Video? Das ist das Behindertste, was ich je gesehen habe. Du, Appa. So. Wir gehen mal aufs andere Dach. So. Nicht dann ganz unten. Perfekt. So. Man. Hey. Jetzt. Okay. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Machen wir dann schnell einen taktischen Rückzug. So, wir haben 26.000. Machen wir den Torpa und auch noch den Torpa und den können wir uns nicht mehr leisten. So, können wir hier mal gucken, ob hier irgendjemand rumläuft und es sieht nicht danach aus. So. Wie teuer ist der 15.000? Na, nur etwas. So, 13.000 kostet der nächste PC. Z.B. jetzt sind es Laptops. Warum hier Bänke sind, das verstehe ich immer noch nicht. Aber das will ich auch nicht mehr verstehen. Mhm. Okay. Der will Beef. Die wollen hier Beef. Ich habe ihn getroffen, der weckt. Ich habe doch gesagt, ich bin der beste Pro-Spieler hier. Können wir mit Hornix. Hornix können sie hier. Scheiße, das wollte ich gar nicht kaufen. 15.000 kostet der nächste. So. Perfekt. Achso, das ist das Falsche, okay? Will ich schon beim Falschen einkaufen gehen? So. 15.000, fertig. Ja, natürlich, 50.000 kostet der Upgrader. So. Warte, ich kaufe mal hier erstmal die Wand. 7.000 kostet das nix. Ja, jetzt komme ich nie mehr runter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen einen zweiten Part davon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ich gebe, beziehungsweise, ich habe auch ein Discord-Bot neu. Das ist ein Musik-Bot. Wenn ihr den haben wollt, lasst es mich wissen. Beziehungsweise schaut in der Videobeschreibung vorbei, denn dort kann man den, ähm, ja, einladen. Auf dem Server. Habt einen traumhaften Tag. Heut erneut, euer Sino. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.